einen wunderschönen guten abend und willkommen zu einem weiteren ersten eindruck heute mal zu cash is clay access was auch gleichzeitig die erste auskopplung aus seinem album access sein wird da bin ich auf jeden fall extrem gespannt und by the way für die leute die das jetzt gerade relativ zeitgleich nach dem upload schauen ich streame jetzt gerade sofort nachdem das video hier draußen ist also falls ihr nach diesem video immer noch das verlangen habt unterhalten zu werden dann schaut euch auf jeden fall mein stream an feinste unterhaltung auf jeden fall würde mich auf jeden fall freuen wenn ihr am start wärt ansonsten beat ist von neo unleashed produziert und ich bin ziemlich gespannt was da jetzt auf uns zukommt leute besonders weil cash is clay soweit ich weiß auch schon länger vor hat ein album rauszubringen wahrscheinlich hat es erst jetzt gepasst oder sonst was vielleicht redet ihr auch hier so ein bisschen darüber bin ich auf jeden fall mal gespannt schauen wir mal rein never lost an attitude tour okay ich bin gespannt cash is clay access von cash is clay haben wir auch lange nichts mehr gehört alter bin ich gespannt auf jeden fall shot bei moritz döring wie steht ihr wegen shot weil okay das war kein shot boah alter erstmal technisch sehr schön auf jeden fall und sehr interessant auch wie er sagt ich arbeite hier nicht an meinem debüt album sondern an meinem an einem meilenstein auf jeden fall selbstsicher wie man ihn kennt unterwegs der cash is clay das video hier kenne ich so ein bisschen von insta habe ich auf jeden fall schon den einen oder anderen shot gesehen sieht auch auf jeden fall nice aus hier ein ehrlicher verlierer ein ehrlicher verlierer ja gut also ich will jetzt mal nicht auf seine vergangenheit eingehen im jbb 2014 oder sonstwas wenn er immer wieder gesagt hat ein letztes mal oder ich habe dessen deswegen verloren so da gab es schon die ein oder andere sache die ich persönlich so ein bisschen als unsportlichkeit sehen würde aber das ist jetzt auch schon wieder schnee von gestern eigentlich deswegen das ist cash is clay 2.0 jetzt leute und cash is clay 2.0 ist ein ehrlicher verlierer verlierer so verlierer mit der stärke eines tigers dem herzen eines kriegers der kensend mit jepperdienst hat seit dem ersten tag bis zum letzten part rapper verbiegen sich klexiglas fragt meinen lebenschef definition von tennis star steffi gab vom stammkunden im penny mal zu schnappstrunden edelklubs ich lege meine seele offen jeder der mich hört dass noch ein scheiß fahrt und sie geht kaputt hier noch interessante doublespuren da im hintergrund klingt generell bisher ziemlich nice gemischt gefällt mir auf jeden fall so von der abendsphäre ich glaube jetzt kommt hier so eine kleine bridge oder sowas auf jeden fall die emotionen raus jetzt kommt glaube ich die hook ich bin gespannt auf jeden fall finde ich aber super cool auf jeden fall wie er gerade hier so ein bisschen sein alkoholkonsum verarbeitet generell so auf diese themen eingeht darüber redet wie er jeden abend wieder auf dem gleichen barhocker sitzt und der erste liter ihm leicht fällt ist generell ein thema was ich sehr interessant finde weil cash is clay ja auch in der vergangenheit glaube ich schon öfter über alkohol gerappt hat so ne aber ich weiß gar nicht also man merkt ihm auf jeden fall den nicht so gesunden lifestyle an sage ich mal also ich weiß auch noch früher hat er manchmal auf facebook gestreamt da war da auch glaube ich so relativ regelmäßig angetrunken oder war irgendwie unterwegs mit dem hund und hat sich eine nach der anderen gequatzt so ähm da erinnere ich mich auf jeden fall noch an die facebook streams damals als leute noch auf facebook gestreamt haben ne aber sehr interessante hook auf jeden fall hat mir gefallen und äh er kommt auf jeden fall auch in einem gewissen grade deutlich reifer rüber so als das letzte mal ne also coole hook sagen mein talent ist unbeschritten doch mein antrieb war es nie in werde ich Rapper zu vernichten dein straßenrap nur ungeschönt authentische Geschichten stell dich dagegen dann fange ich statt dessen an existenzen zu zerficken also er sagt nochmal es war nicht sein ziel irgendwelche battles hier zu gewinnen oder sonst was ne er war ja auch in der battle szene auf jeden fall ziemlich aktiv sei es jetzt jbb mit internet battle turnieren so oder äh rapper mittwoch top tier takeover auf jeden fall cool was meine texte vom scheiße fressen und treide päckchen alleine kämpfen einzustecken ich darf probleme ohne scheiß tabletten beine brechen mittlerweile mehr als kleinen flecken auf den weißen westen in einsamen nächten auf zwei flaschen jacky die zeit vergessen auf keinst mehr ängsten aber keiner dieser Leute oh jetzt kommt glaube ich double time alter schöne reimketten generell technisch äh schöner track von Cassius Clay die zeit vergessen auf keinst mehr ängsten aber keiner dieser Leute hier versteht wie das ist wenn das Leben dich fegt weil du immer dazu stehst was du bist und man gegen dich ist denn sie kennen nur dein image aber dein innere sehen sie nicht also rede mir nicht von hype bis tot dicker zu vieles davon hat mich eingeholt das ist blinde wut beinah tot nicht zu verlieren survival mode ich blute mein Herz boah sehr schöner flow alter das hat mir gut gefallen forum chat seh aus als wär ich noch derselbe doch guck meine seele ist schwarz goku black schnapps leiche zerriss ne lunge backstose steh wieder mal im pack aber dieses mal kriegt zart deine backpfeife ich fick dich Junge oh what was zerriss ne lunge backstose steh wieder mal im pack aber dieses mal kriegt zart deine backpfeife ich fick dich Junge aber dieses mal kriegt zart deine backpfeife ich fick dich Junge auch sehr schön Cassius Clay war ja ebenfalls bei dieser ganzen äh der Sache zwischen Zartpunch, Arroganz, Twizy und sowas beteiligt deswegen sehr schön auf jeden Fall nice boah gefällt mir aber richtig gut eigentlich wie er die Bridge so ganz ruhig anfängt so halbtot so als wär er komplett Rille und dann schreit er diese letzten Töne raus endet jeder Abend im Exzess im Exzess gefällt mir richtig gut jeder Abend im Exzess ich sauf mir meine Birne zu brein in der Hoffnung dass danach keiner Erinnerung bleibt der erste Lied hat vielleicht mir immer noch leicht ich will es nicht sein doch bin immer dabei immer dabei jeden Tag derselbe war hocker besetzt und ich warte bis der Mut nicht eines Tages mal verlässt und ich warte bis der Mut nicht eines Tages mal verlässt okay die haben da richtig Spaß alter du siehst wo das hingeht siehst dass jetzt ein anderer Wind weht ich ziehe die Kraft aus der Krise und schieß während andere darin verschwinden genau das ist nice alter also ich finde es auch sehr gut dass es jetzt nochmal einen dritten Part gibt von Casuals Clay gab es ja schon längere Zeit nichts und äh da drei Parts mittlerweile gefühlt immer unüblicher werden äh wirkt das sehr positiv dass es hier nochmal einen dritten Part gibt das was uns verbindet weil seit ich damals auf der Parkbank gesagt hab ich bin wie der Stadtler und warte auf gewusst hab ich bin auch eigentlich am Limit denn ich komme seitdem mit der Motivation jetzt geht es endlich woanders hin äh stärker und besser aus jedem Kampf hier nicht gefühlt habe raus wie ein Fire Gin 6 Jahre nice man warte mal aber was war das da ich glaub das kenn ich sogar ist es nicht diese saure Apfel Scheiße das kenn ich sogar endlich woanders hin äh stärker und besser aus jedem Kampf hier nicht gefühlt habe raus wie ein Fire Gin 6 Jahre lang ausgeruht auf Potential das keiner hat aber es mir mit nur davon reden statt machen und frust rüber wächst aufm leicht gemacht ja gut sowas kann er aber auch sagen auf jeden Fall Cassius Clay äh hatte immer krasses Potential finde ich auch schon damals im JBB 2018 äh 2013 mit 18 so ne also krass flown konnte er immer er konnte immer gut flexen war schon immer musikalisch so ich äh finde er hatte schon immer krasses Potential was er nur sehr bedingt genutzt hat auf jeden Fall deswegen hoffe ich wirklich das äh das Album das es jetzt allen zeigt so das keiner hat aber es mir mit nur davon reden statt machen und frust rüber wächst aufm leicht gemacht dann das scheiße was aber jetzt bin ich hier hab mich auf ein neues Level getraut Ausdauer Ehrlichkeit Loyalität Attitude Sounds das klingt doch nice alter wenn das wirklich so ist dann sehr gut Namen weder E noch R noch O Digga nix was ein Hype generiert trotzdem bleiben wir hier genau darum hab ich den Scheiß tätowiert okay nice alter Video gefällt mir aber auch muss ich sagen hat irgendwie eine ganz coole Atmosphäre auch gerade wenn diese äh Coloreffekte als äh er darüber geredet hat dass er im Exzess landet nice auch dieses ich will es nicht sein doch bin immer dabei gefällt mir richtig gut von der Stimmlage ich war heute besetzt und ich warte bis der Mut nicht eines Tages mal verlässt und ich warte und ich warte bis zuletzt solange endet jeder Abend im Exzess jeder Abend im Exzess nice alter nice man also dieses geschrien emotionale gefällt mir sogar richtig gut okay CachesClay Access jetzt vorbestellen bei deluxeboxen.de Freunde Link ist auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung supportet CachesClay wenn ihr darauf Bock habt würde ihr ihm bestimmt helfen und auch freuen deswegen Leute wie findet ihr den Track Access schreibt es mir gerne mal in die Kommentare würde mich wie immer freuen ansonsten lasst gerne mal einen Daumen nach oben da wenn es euch gefallen hat würde mich natürlich auch wie immer freuen ich streame jetzt wie gesagt noch also äh zumindest wenn ihr das hier relativ nah am Upload schaut deswegen schaut auch da gerne vorbei falls ihr Bock habt und ansonsten wie gesagt sagt mir gerne mal eure Meinung zum Comeback von CachesClay finde ich auf jeden Fall sehr gelungen und äh jo bis zum nächsten Mal Ciao